Hi, mein Name ist Frank, ich betreibe das Shopify und Print-on-Demand-Business full-time und ich will dir heute so ein paar Praxisbeispiele einfach mal geben aus der Community, denn ich habe euch mal gebeten, schickt mir mal eure Online-Stores an, die gucke ich mir jetzt einfach mal an und gebe dir so den einen oder anderen Tipp mit, wie du den ganzen verbessern kannst. Heute gehen wir auch ein bisschen aufs Thema Branding ein. Das war mir jetzt auch so ein bisschen wichtig, ein bisschen mehr nach vorne einfach mal zu ziehen und da habe ich ein paar richtig coole Beispiele einfach mal euch rausgesucht und deswegen geht es jetzt ab mit dem Video. Und ja, die 4K-Taste hat Frank jetzt endlich an seiner Kamera gefunden. So, bevor das Video losgeht, noch ein kleines Dankeschön an Max von Shopify und zwar das Paket, Strich, der Hoodie und Co. sind alles angekommen. Was hier drin ist, das werden wir jetzt gleich mal oder nachher mit der Community einfach mal hier bei YouTube am Ende des Videos mal raten. Nicht, dass das irgendwas, ihr wisst schon was ist oder so, wenn ich mich jetzt hier peinlich mache, deswegen zeige ich es euch erstmal so bei YouTube und dann könnt ihr sagen, ob das was ist oder ihr wisst schon. So, wir fangen jetzt an erstmal hier mit den Stores, also gucken wir mal rein. So, als allererstes fangen wir an mit youre-hustler.com. Hört sich schon erstmal cool an. Wir haben hier auch so ein paar Lifestyle-Mockups einfach mal drin. Das erste, was mir halt auffällt, okay, hier mit dem Back, das ist ja noch in Ordnung, aber beim zweiten, da sehe ich hier schon, sind Bilder drauf von Cristiano Ronaldo. Dazu haben wir hier unten halt Dwayne The Rock Johnson. So was ist halt eine Copyright-Verletzung, das würde ich halt nicht nehmen, weil du musst immer bedenken, wo kommen jetzt die Sachen her. Also wo kommt zum Beispiel hier, machen wir mal das Ding hier so groß, du musst jetzt immer bedenken, wo kommt zum Beispiel jetzt hier das Bild her. Hast du das Bild selber fotografiert? Nein, du bist nicht der Fotograf, Strich der Urheber. Urheberrechtsverletzung, dann haben wir halt hier noch die Person mit in sich. Jetzt ist die Frage, ob es von dem halt auch Shirts geht. Ich glaube schon, WWA oder wie das heißt hier, Wrestling Federation, irgendwas. Da gibt es halt auch von dem, da bist du schon im Wettbewerbsrecht und zusätzlich wirst du wahrscheinlich auch im Markenrecht mit dem halt einfach mal stehen. Also das ist schon eine sehr, sehr gefährliche Sache, hier einfach zu machen. So eine Shirt, sowas könnt ihr hier alles machen ohne Probleme. Das ist halt alles kein Problem. Aber was ich jetzt auch nicht verstanden habe, oben hast du jetzt einfach mal hier diese Standard-Shirts, Premium-Shirts und so eine Sachen drin. Jetzt musst du immer überlegen, die Leute, wenn du Produkte in einen Shop einfügst, der halt schon ziemlich oder die es halt auch auf anderen Portalen gibt, sowas wie Amazon oder halt in jedem S-Oliver-Laden ein Basic-Shirt, dann werden die Leute halt einfach vergleichen. Und wenn ich halt sehe, okay, bei S-Oliver kriege ich für 9 Euro oder bei H&M ein T-Shirt, dann würde ich es da halt einfach nicht kaufen. So jetzt wird mir das Ganze doch zu warm. Und dann ziehe das Ding mal hier doch aus. Striptease. Unser Newsletter, Abonnieren, Werbeaktionen, neue Produkte, Sonderangebote. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Werbung und all so Sachen. Und ja, E-Mail-Postfach quillt sowieso immer über. Sowas ist natürlich ohne Mehrwert. Und wenn du keinen Mehrwert da lieferst und nichts im Gegenzug anbietest, also große Rabatte oder halt irgendwelche Download-Dateien, PDFs, in dem Sinne Kibo, äh, Kibo Kindle, genau, Kibo Kindle, so lang rum, dann wird es halt ziemlich schwer, weil das ist einfach nur weitere Werbung, die du hier einfach verkaufst. Deswegen packt auch immer was rein, selbst die 15 oder 10 Prozent. Das ist halt zum Teil, wie wir doch festgestellt haben, ein bisschen sehr wenig. Da muss man wirklich schon mehr machen und dann auf Cross-Sales gehen. Aber das sind andere Sales-Techniken. Dazu kommen wir noch ein andermal. Wir gucken einfach mal in den nächsten Store rein. Und zwar, der heißt hier technodress.de. Ist eine ziemlich eingängige E-Mail-Adresse. Also das ist auf jeden Fall von der Domain hier schon mal cool, weil wenn die zu lang sind, ist es halt auch ein bisschen schwer. Das Einzige, was ich jetzt hier nicht verstehe, ist so ein bisschen, warum ist das hier Damen, Damen, Herren, Herren, Accessoires, Accessoires. Spielen wir hier irgendwie nicht Domino oder wie dieses Dings da heißt. Nee, wie heißt das? Mit den Umdrehen, mit den Karten. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Nee, dieses Kinderspiel hier, die Dinger. Das ist halt so ein Doppler, muss nicht sein, weil das macht die Seite nur ein bisschen unübersichtlicher. Aber ist halt eine coole Idee, das mal so ein bisschen aufzupeppen, weil wenn du jetzt einfach mal rumgehst, siehst du, ist das schon hier so ein bisschen anders. Einfach nicht nur die Sachen drauf, sondern es sieht schon mal ein bisschen interessanter aus. Was hier auch cool ist, wenn ich hier raufgehe, du siehst hier Lifestyle-Mockups einfach mal. Das peppt das Ganze auch ein bisschen auf. So eine Dinger könnt ihr von placeit.com oder placeit.net. Und diese Dinger, die lassen das viel mehr halt einfach mal als eine Brand halt einfach mal wirken. Logo auch top. Also da von dem kleinen Banner hier oben schmal. Das ist halt ziemlich gut eingängig. Kann man auf jeden Fall so lassen. Was ich jetzt hier noch ergänzt hätte, ist so ein bisschen die Story einfach mal dazu. Also man kann ja mal gucken, ob er einen über uns hat. FAQ, Sale, Dings. Nee, hier hat er gespart. Impressum, Widerrufsrecht, bla bla bla. Nee, also da kannst du noch ein bisschen so über euch so ein bisschen die Story einfach mal nach vorne heben. Und sowas ist auch immer nicht schlecht. Und bei den Preisen müsstest du auch noch mal gucken, dass du da ein bisschen eventuell anhebst, weil diese Sachen, oder es ist ein bisschen sehr viel Sale halt hierbei. Weil das Ding ist, ihr müsst euch eure Margen natürlich auch ausrechnen. Nicht nur die Sachen mit den ganzen Gebühren. Also wenn du später auch was hast mit PayPal-Eingängen und so eine Sachen, da musst du immer noch ein bisschen was draufschlagen, damit du halt hier einen coolen Preis hast. Einen Preis, einen Sonderpreis sozusagen, den gibt es nicht. Den muss man sich einfach mal berechnen. Zum einen musst du natürlich einmal die Grundherstellungskosten betrachten. Du musst natürlich den Versand betrachten, etwa hier Gebühren, PayPal und Co. Und so ein bisschen auch überlegen, wenn du natürlich einen Store betreibst, hast du auch Kosten im Sinne von der Shopify-Gebühr, natürlich von deinen AGBs. Die musst du natürlich dann über den ganzen Monat halt einfach mal rechnen, dass da halt einfach mal mehr draufkommt. Dazu kommen natürlich noch deine Facebook-Werbekosten, plus dann willst du ja auch noch Gewinn machen. Und da wirst du dann wirklich schon mit so tiefen Preisen relativ knapp. Also da muss man schon ein bisschen mehr anheben. Habt auch keine Angst, einfach mal die Preise anzuheben, denn die Leute vergleichen natürlich auch so ein bisschen zwischen entsprechend, sag ich jetzt mal, wenn du irgendwelche Designer-Klamotten holst, die gehen natürlich schon von 400 Euro hoch. Normale Brands irgendwie sowas, die verkaufen Shirts hier irgendwie für 60 Euro, andere irgendwie von Etsy für 30 Euro oder für 25 in dem Sinne. Und dann wird der Kunde immer so ein bisschen einschätzen. Also der weiß, ein Basic-Shirt von H&M oder irgendwie sowas ist ein 10er oder von Zara. Und wenn du jetzt irgendwie, sag ich jetzt mal, bei Etsy was kaufst, dann bist du halt bei 30 Euro. Und so ein bisschen ist das auch mehr als Marke, als qualitativ hochwertiger halt einfach mal angesehen. Also nicht vergleichen mit Frankys Kurs, nur weil der am billigsten ist, heißt nicht, der ist am wenigsten, ganz im Gegenteil, der ist fünfmal größer als jeder andere. Gehen wir mal zu den nächsten Sachen. Da sehen wir auch schon wieder die GDPR-Cookies hier einfach mal. Die muss natürlich auch installieren. Und hier sehen wir auch so ein bisschen jetzt mehr Branding. Das finde ich halt eine geile Sache oder das ist halt ein schönes Beispiel für Branding. Da gehen wir jetzt auch mal ein bisschen drauf ein. Also wir haben erst mal hier oben ein Logo. Das hier oben, die ganze Zeile, die finde ich nicht ganz so optimal designt einfach mal. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen, ja, mehr flacher irgendwie machen können. Aber was halt hier cool ist, du siehst halt hier nicht nur in den Mockups einfach mal, sondern auch wirklich hier in den Designs immer wieder kernde Farben. Genauso halt hier auch nicht nur bei den Überschriften und bei den Preisen einfach mal dieses Neongrün. Und da gebe ich euch mal einen Tipp, geht einfach mal auf Colors.Adobe oder Adobe Colors. Da könnt ihr halt so ein bisschen einfach mal eingeben, welche Farben gut miteinander harmonieren. Also wenn du da irgendwie zum Beispiel Weiß eingibst, dann siehst du, passen hier die und die Farben einfach mal dazu. Und das ist, oder so kommst du so ein bisschen ran. Erst mal an deine Brandfarben, die, die gut erst mal harmonieren, mit welchem Stil du das machst. Mit Weiß, Schwarz und dann halt Neongrün. Perfekt. Passt super zueinander. Also klasse Farbauswahl. Erst einmal auch so ein bisschen das Draußen, das Grüne, wofür steht Grün und so. Das ist wirklich hier Branding-mäßig, hat er das wirklich ganz geil gemacht. Genauso, wenn wir halt in Merchant-Former reingucken, da habe ich es halt auch gefunden, dass du ein paar Designs einfach mal dabei hast, die entsprechend diese Farben halt haben. Und das spricht auch wieder dafür, dass sich diese Sachen halt mehr verkaufen. Also das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Von dem Store, da hat er halt auch entsprechend hier gleich erst mal die Produkte drauf. Was du hier auch noch hättest machen können, ist natürlich so dein Top-Seller, den hier auch auf die Hauptpage einfach mal bringen, also auf die Startpage, auf die Homepage, dass du da entsprechend den Schnell-Button einfach zum Kauf hast. Wenn Leute da raufgehen, sich das angucken, dass sie sehen gleich, oh, das finde ich aber richtig gleich, bam, gleich zum Checkout und gar nicht lange klicken. Weil so muss ich jetzt hier erst mal wieder einmal klicken, zweimal klicken, also ich mache es jetzt einfach mal hier in Dings und dann gehen wir hier entsprechend dann auf den Checkout, den sind dreimal klicken. Und bei dem anderen bist du viel schneller im Express-Checkout. Also das Ding würde ich auf jeden Fall mit installieren. Das nächste ist halt die Erreichbarkeit, die können wir uns auch mal angucken. Wir gehen mal einfach hier zurück, anmelden, Konto erstellen, Konto erstellen, das ist halt die Frage, ob die wieder so häufig kommen. Versand AGB Support, gucken wir mal, was das ist. Da hat er das normale Postfach halt dran. Da könnten wir halt auch noch sowas einführen, und so solche Sachen, dass du gleich mit dem Facebook-Messenger antwortest. Das geht halt gleich schneller, ist viel direkter, kann man halt auch noch machen. Das nächste, was ihr natürlich auch mit einbinden könnt, ist mal ein Instagram-Feed. Weil Instagram benutzt halt fast jeder mittlerweile und die kannst du auch mit bestimmten Apps einfach mal einbinden. Die gibt es im App Store, kann ich dir auch hier einfach einmal einblenden und die ermöglichen es dir einfach, dein Instagram-Profil von deiner Firmenseite in dem Sinne da zu verlinken und dann kannst du entsprechend oder hast du hier auch gleich noch so ein bisschen mehr Branding und Lifestyle und ein bisschen Trust-Effekt einfach mal, weil du siehst schon, Leute haben das an, ob die jetzt von Placeit sind oder nicht, das weiß der Kunde nicht, weil der Kunde kennt kein Placeit. Dementsprechend kannst du die Sachen halt nehmen und hast auch noch ein bisschen mehr Trust und du wirst mehr als Marke einfach mal wahrgenommen. So, was mir auch noch aufgefallen ist, dass ich einfach mal, wenn ich hier runtergehe, nehme ich auch so ein bisschen, so nicht nur so ein bisschen textmäßig, sondern hier auch diese, so eine Art Bullet Points einfach mal habe. Also so Made in Germany, dann haben wir hier auch noch Bio-Baumwolle und auch noch Premium-Produkte, so ein bisschen halt einfach mal über diese Brand. Die andere Sache, was die wenigsten machen, ist einfach mal auch so die Markenbotschaft hier mit raufnehmen, dass die Leute einfach sehen, wofür steht die Brand. Das wurde jetzt hier auch in Verbindung gleich mit dem Brand-Namen auf dem Produkt hier gemacht. Man muss allerdings dazu beachten, wenn ihr sowas macht, die Leute ziehen natürlich meistens nur Marken an, die sie irgendwo kennen und schon gesehen haben. Wie zum Beispiel ich habe die Vlogs immer, gucke ich saugerne oder eigentlich jetzt mittlerweile auch wieder jeden Tag von Jun Olsen. So, da hat er irgendwie den Marbea-Homies an von seinen Kumpels. Jetzt habe ich es mir bestellt, weil ich es irgendwie geil fand. Werbeeffekt hat wieder mal funktioniert. Und genauso, das ist halt erst, wenn der Markenname bekannt ist, wenn die Leute das halt aufhaben. Deswegen hier auch richtig gemacht, erst mal mit so Sachen die Leute auf sich ziehen. Gut, weiter geht's. Jetzt haben wir den nächsten Mountainbiker und der hat jetzt mal ein paar Sachen anders gemacht. Wenn ich jetzt nämlich hier durchgehe, dann siehst du schon so ein bisschen die Designs sind, naja, gehen wir mal hier T-Shirts, Unisex. Ja, hier haben wir schon zwei Fehler drin. Einmal ist es nicht wirklich als Marke zu sehen, weil die Designs viel zu unterschiedlich sind. Sie sind halt auch von unterschiedlichen Designern offensichtlich, dass diese Stile auch hier, wenn wir uns das zum Beispiel mal angucken, das eine ist halt wie so ein umgewandelter Schattenvektor mit einem Adobe Illustrator. Na ja, wobei ein Illustrator, ja doch könnte sein, dass es der halt ist. Und hier haben wir wirklich so eine Art Zeichnung. Also das ist ein völlig unterschiedlicher Stil hier einfach mal von den Sachen und die Designs, also das hier finde ich jetzt nicht wirklich gut, um es mal so zu sagen. Da kann man deutlich noch mal ein bisschen was anderes machen. Aber Designer will ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Das müssen wir mal ein anderes Video einfach machen. Also das hier, da müsste man noch mal so ein bisschen was überlegen. Hier der hinteren Vektor, das geht alles ineinander über. Das hebt sich nicht richtig voneinander ab, weil die Farben zu ähnlich sind. Wir haben halt alles durcheinander. Orange vom Alter her, ja gut getroffen. Das hier halt Research Amazon okay. Aber zwei weitere Sachen ist, und zwar der Shop sieht unfertig aus. Hier unten, wenn ich runtergehe, fehlen drei Sachen und das ist einfach unsauber. Der nächste Punkt, ihr könnt es euch schon fast denken, 1995 führen in eigenen Online-Shop ist es halt sehr, sehr günstig an dieser Stelle. Da muss man auch mal eventuell noch ein bisschen die Preise halt einfach mal anheben, damit die Marge dann einfach zum Schluss stimmt. Und wie gesagt, den Shop, der muss halt fertig aussehen, dementsprechend halt hier auch noch richtig die Sache füllen. Als kleiner Tipp, wenn ihr Produkte füllt, ihr könnt in Online-Shops so meistens 15 bis 20 normale Produkte, sollte da mittlerweile so reinhauen. Ihr müsst jetzt, wenn ihr 20 Produkte habt, nicht 20 Designs haben. Ihr könnt auch 10 Designs haben und die dann jeweils auf zwei verschiedene Sachen einfach mal bringen. Ihr müsst ja nicht nur T-Shirts machen. Wenn du nur T-Shirts machst, ist das in Ordnung. Aber wie gesagt, da halt ein bisschen mehr einfach mal Volumen halt reinknallen in den Shop. Denn du weißt ja im Endeffekt nie, was der Kunde eventuell noch mitnimmt, einfach mal. Und deswegen kann ja sein, dass er noch ein paar andere Shirts sieht und das steigert einfach wieder die Marge, weil wenn er schon mal kauft, kauft er vielleicht noch ein zweites. Jetzt müsste ich die weiße Version von dem Ding und den Hoodie holen, aber die sind jetzt unten. Jetzt stehe ich nicht mehr auf. Das sind halt wieder so eine Sachen, so eine Effekte, die einfach mal mit eintreten. Dann nimmst du halt noch mal eins mehr mit, wenn du schon mal dabei bist. Man kennt es. Da gucken wir einfach mal auch rein. Hier haben wir schon so ein Gin-Shirt und Wein. Das sind beides Sachen, die ganz gut laufen. Oben klare Gliederung, Logo auch okay. Was halt auch cool ist, ein kleiner Tipp zwischendurch, ihr könnt auch GIFs einfügen. Dann sind die ein bisschen mehr animiert und dann passiert auch mal eventuell irgendwo was. Also da kann man ja auch mal ein bisschen spielen, aber der hat halt hier ein festes Shirt drin, oder festes Slide drin. Das ist halt auch okay. Ach guck mal, ist das I do what I want oder what? Nee. What? Achso, das Katzen-Ding. Ja, man muss halt ein bisschen aufpassen, nicht zu viel zu mischen in dem Sinne, weil Nischen-Store, der läuft immer besser als normaler. Denn du musst auch bedenken, wenn du einen Nischen-Store aufbaust, den kannst du viel leichter nachher verkaufen, weil er halt einfach Branding-mäßig leichter in eine Schiene halt zu schieben ist. Während wenn du einen gemischten Store hast, dann hast du keine richtige Zielgruppe und dann wird es schon wieder schwierig. Deswegen von den Nischen, die müssten schon näher zusammenhängen. Hier Oberthema Alkohol und Co. Das Ganze passt auch schon. Können wir mal bei Frauen-T-Shirts raufgehen. Ein Lifestyle-Mockup, die anderen nicht. Da würde ich auf jeden Fall hier entweder nur Lifestyle-Mockups oder halt die Dinger. Und wenn ich jetzt raufgehe hier auf so ein Shirt, dann müsste das erste Bild ein Lifestyle-Mockup sein. Die anderen können so sein. Maßtabelle, ganz wichtige Sachen, wird immer vergessen. Also kein Mensch geht in einen Klamottenladen und kauft sich Sachen blind, sondern du guckst als erstes, gefällt dir das Design, welche Größe ist es, was kostet es. Jetzt kommen wir mal zum Store, den finde ich richtig cool. Also Branding-mäßig, da gibt es hier Potenzial, da lässt sich was machen und da habe ich auch gleich noch einen Tipp für einen Shop für dich. Und zwar einfach Delic Shirt hier. Der ist ganz cool gemacht. Der hat auch hier so vom Menü ein bisschen spielerischer. Er hat nicht nur Shop, Shirts, Frauen, Herren, Herren, sondern der hat halt ein bisschen die kreativere Variante. Der war jetzt ein bisschen kreativer, der ist hier rangegangen, hat jetzt zum Beispiel statt Funny Shirts einfach mal das R in Anführungsstriche genauso ein bisschen Spieltrieb geweckt. Hier Schatzkiste, was ist das? Lass mal raufklicken, mal gucken, was passiert einfach mal, wenn jetzt hier mein Internet lädt und dann kannst du halt auch nochmal gucken, was sich da drin versteckt. So, aber da haben wir nochmal schon ein kleines Problem und darauf gehen wir jetzt nochmal ein. Denn wenn ich das Ganze jetzt hier durchgucke, dann sehe ich, dass manche Bilder sehr, sehr klein sind. Also ich habe jetzt ein ziemlich großes Laptop hier einfach vor mir, den Laptop, das Laptop. Schreibt es mal in die Kommentare. Das finde ich jetzt mal selber, ich habe mit meiner Ex da immer drüber gestritten, wie das richtig heißt. Und das Ding ist halt, man kann die Designs halt hier, das kann ich gar nicht lesen, selbst wenn ich hier schon zum Teil ranzoome, weil das einfach zu klein ist. Das muss man halt beachten, dass hier diese Vorschaubilder auch wirklich lesbar eventuell sind. Der Style, die Mockups sind halt wirklich gut ausgewählt, da kann man nichts sagen. Selbst das Logo ist halt absolut top. Also es wirklich hat einen super Stil. Allein wenn du das schon anguckst, dann bist du schon beim Warmen, beim Sommer und diese ganzen Sachen. Also jawollo, sind wir mit dabei. Aber was ich halt hier nicht verstehe, ist sowas ist halt ein absoluter Platzhalter. Wenn ich hier mal raufgehe. Ja, also ist schon ganz lustig gemacht. Wehe, das wird jetzt ein Meme. Ja, aber es ist halt nichts sagen. Da ist halt nichts irgendwie, was dem Kunden was bringt oder Mehrwert oder so. Da könnte man sagen, wo das produziert ist, wie, warum und diese ganzen Sachen. Da kann man so ein bisschen mehr Rotten dran rumspielen. Ansonsten halt hier wirklich cool gemacht, auch mit der Story einfach mal und das sieht wirklich so aus halt hier, also tolle Marke und sowas. Perle der Ostsee, so jetzt mal nicht ablenken lassen. Jetzt halten wir mal hier das Bild zu. Warnemünde ist nicht mehr ein Stadtteil. Genau. Da gibt es jetzt noch einen Tipp und zwar du hast bei deinen Designs, würde ich noch ein Design mit reinnehmen und zwar Kitesurfen. Kitesurfen, Evolution Design, Kitesurfen. Das ist eine ganz gute Sache, weil auch diese Sportarten, die da auch betrieben werden, da würde ich auch mal ein bisschen Research machen, dass die Dinger sind. Wir brauchen gar nicht reden, Avocado und die ganzen Sachen, alles super, alles klasse. Eistüte, naja, muss man mal gucken. Bei dem ist auch so. Straight Outer, ich habe es damals mal nachgeguckt, da war es eingetragen von einer Dame aus Frankfurt, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ursprünglich NWA. Ursprünglich kommt die ganze Sache ja von Ice Cube und Co. America's Most Wanted sage ich nur oder ach, davor war ja Straight Outer Compton und so. Das ist halt wieder die Frage, ob sowas halt geschützt ist, da müssen wir jetzt auch nochmal nachgucken. Mache ich jetzt aber mal nicht, das machen wir nachher mal, wenn wir markenrecht wieder machen. Gut, das ist cool. Hier haben wir auch so ein bisschen diese Branding-Geschichte, hier auch so faire Produktion mit lieber Design, kostenloser Versand, so ein bisschen girly, völlig in Ordnung, ganz cool. Von den Designs her, gut, die Sprüche, also beloved und sowas, ja, das kommt einem schon bekannt vor, Preise, okay, könnte man selbst, ja, 24, 26, völlig in Ordnung, aber hier, ah, hier, nee, hier kommen wir schon zu einer Sache, wo der Preis nicht stimmt. Denn es ist folgendes, und zwar es gibt zwei Arten bei Bekleidungs, oder bei der Bekleidungsindustrie, von Preisen. Und zwar, du hast einmal die normalpreisigen Produkte, also wenn ich jetzt zu H&M, Zara, wo gehe ich denn noch, Ecke auf, äh, ja, alle zu weit in die Richtung, da hast du halt immer diese typischen Preise, 19,95, 24,95, 24,99 und diese Sachen, aber wenn du zu High Fashion Brands gehst, also wenn du irgendwie zu Givenchy, Gucci, Louis Vuitton und so weiter, die machen einfach, oder die haben runde Preise zum größten Teil, also wenn du da ein Pullover kaufst oder so, den habe ich glaube ich für 890 oder 980 eins von beiden gekauft und das sind halt immer runde Preise, das ist aber nur bei High Fashion Brands so und nicht bei kleinen Brands und wenn diese Sachen, so eine Shops hier, die fangen halt klein an, versuchen zu imitieren, High Fashion Brands zu sein, dann wirkt es halt ziemlich komisch von den Preisen. Also da würde ich dann eher irgendwie sowas machen, dass du dann 24,99 oder 26,95 oder irgendwie so eine Sachen halt machst, statt halt wirklich diese glatten Zahlen. Das ist, da nehmen die 5 Cent wieder ein bisschen runter, wirkt auf jeden Fall ein bisschen anders und ein bisschen besser. Wenn ich jetzt raufgehe, mal gucken, ob den Lifestyle, genau hier, das ist auch gut, dass du den hast. Du könntest theoretisch den hier noch nach vorne ziehen, also die beiden einfach nochmal tauschen, das würde ich nochmal machen. Hier ist eine ganz große Gefahr, wieder in Skalierung, was ich so auch mal ein bisschen kenne von damals. Man macht sich die Arbeit, ich sage dir, wie es ist, du machst es so, du machst hier unten zum Beispiel die ganzen Eistüten und ob du jetzt noch Wassermelone, Kiwi, Erdbeer, Drachenfrut, Schlumpfeis oder wie es auch früher hieß, damit machst, das macht halt keinen großen Unterschied, ob du jetzt nur 50 Eissorten machst, wenn Eis allgemein vielleicht eventuell nicht so laufen sollte, weil das ist halt wirklich ohne Emotionen, das ist einfach nur ein Eis. Deswegen bei Sprüchen ist es halt auch immer so, Trendsprüche, die müssen auch wirklich gezielt gesucht werden, damit sie halt dann passen. Sowas ist wirklich schwieriger zu verkaufen und fast zu nischig und da würde ich lieber irgendwelche Sachen machen, die wirklich so, womit sich halt jeder so ein bisschen mehr identifizieren kann. Wie Freedom ist schon okay, aber das ist halt, da fehlt noch so ein bisschen Pepp einfach mal, dass du wirklich sagst, als spontan Impulskauf, boah, das brauche ich. Denn Impulskäufe, die entstehen einfach mal, ja, durch einen Impuls, dass du halt was siehst, eine Reizung, sprichwörtlich, also wenn du mir jetzt irgendwas zeigst, kommt das nächste Cyberpunk-T-Shirt drauf, da weißt du schon, der klickt drauf auf kaufen, weil das einfach, da brennt einer für, sag ich jetzt mal, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob das Spiel gut oder schlecht wird, aber wir gehen mal vom Besten aus, wenn es denn am 19. November endlich erscheint. Aber das ist halt auch wieder die Sache, man muss so, ja, du musst halt wirklich Emotionen wählen. Wie das beste Beispiel ist einfach mal das Pick Floyd-Shirt, um es jetzt noch mal einmal ganz kurz zu erklären. Das Pick Floyd-Shirt, das wurde einfach mal beworben mit einer Werbeanzeige und hat sogar in einer Nacht um die 17.000 Euro gebracht. Das ist ein Wahnsinnswert, natürlich auch mit schon trainierten Pixel, war jetzt nicht von mir davon abgesehen, aber dieses Shirt ist halt wirklich, das weckt richtig Emotionen bei den Leuten. Das Pick Floyd-Shirt, das war so ein simples blaues T-Shirt halt hier zu sehen mit dem entsprechenden Schwein da drauf, sagt mir jetzt persönlich, hat es erstmal nichts gesagt, aber mein Vater. Mein Vater, der kam nämlich an, so typisch Berliner wie er ist, lehnt sich einmal zurück, sagt, oh ja, Mensch mit Freddy, wir waren da, waren wir breit. So nach dem Motto, ja, das war damals, also da hat man gekifft und so in seiner Jugendzeit mal. Ansonsten ist ja mein Papa mega ordentlich, ja, davon mal abgesehen. Und das ist halt, also er kifft jetzt nicht, also abgesehen, früher haben sie halt ein bisschen da gekifft, wenn so Events da waren, da sind die in der Woodstock gefahren, Jimi Hendrix, hier guckt man, kennst, von dem habe ich ja auch die halt den halben Musikgeschmack, deswegen spielt ja auch Gitarre. So, und dieses Shirt, das hat halt David Gilmour getragen, der Frontmann von Pink Floyd und das wirklich fast zehn Jahre lang auf der Bühne und jeder kennt dieses Shirt und die Leute verbinden damit einfach die Emotionen. Ja, wir waren da, Mensch, oh, weißt du noch, wie das war und die, die wir da getroffen haben und so weiter, da kommen gleich Emotionen hoch und das ist diese Emotion, was dann triggert zum Kauf. Wenn ich jetzt einfach nur schreibe, Freedom, ja, ich meine, Freiheit finde ich auch geil, sonst würde ich nicht das machen, was ich hier mache, aber das ist halt einfach, ja, da ist halt zu wenig, da sind halt zu wenig Emotionen hinter. So, ich hoffe, dir hat es gefallen, das war jetzt mal so ein kleiner Ausschnitt, lasst gerne Daumen, 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 Abo, so und jetzt gucken wir mal Maximilians Beutel an und jetzt habe ich mal eine Frage an euch, was zum Teufel das ist? Ich habe keinen Plan, also hier sind viele verschiedene Sachen drin gewesen, ich habe jetzt sogar echte Original-Shopify-Socken, Socken kann man eh immer nie genug haben und all so eine Sachen hier, Keychain und alles, noch so ein paar Sticker und noch so ein paar andere Sachen, aber was zum Geier ist das? Das ist irgendwas, was du so machen kannst, ist das irgendwie sowas Sexuelles oder so oder ist das ein Haargummi oder so? Ich habe echt keinen Plan oder wie so ein, in Griechenland heißt das Kumbuloi, in der Türkei heißt das irgendwie so ein anderes Dings, was ich jetzt wieder vergessen habe, hier diese Spielzeugteile da, aber ich habe keinen Plan, also wer das weiß, was das ist, schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe die wildesten Sachen schon gekriegt bei Instagram, was ihr da vermutet habt, also kein, kann man das hier überhaupt sehen? Also das ist wie so ein komisches, sonst muss ich das mal hier irgendwie so ranhalten, also ganz komisches Ding irgendwie. Und was ich geil finde, gleich noch den Aufkleber von Berlin, entsprechend auch. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal, viel Spaß beim Ausprobieren der Tipps und wie immer natürlich gute Verkäufe. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020